Wer hätte schon zu Beginn des Motorsports gedacht, dass sich die Liebe zur Geschwindigkeit und zum Wettkampf je so weit verbreiten würde? Von Brands Heps zu Jerez über Valencia, der große Preis von Europa war schon im ganzen Kontinent vertreten. Heute beginnt eine neue Ära des geschichtsumwobenen Rennens am Rande des Kaspischen Meeres, der große Preis von Europa in Baku. Der Baku City Circuit mit seinen 20 Kurven und einer Länge von 5,9 km im Herzen der Hauptstadt Aserbaidschans stellt Ausdauer, Geduld und Präzision eines jeden Fahrers auf die Probe. Zunächst warten in Sektor 1 90 Grad Kurven. Dann geht es bergauf und es wird sehr, sehr eng, während die Autos durch die Altstadt fahren. Schließlich folgt noch eine 2,2 Kilometer Jagd mit Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. Auch heute werde ich wieder von niemand anderem als Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu Werke gehen. Wo liegen denn da die Unterschiede? Interessante Frage. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Damals legte man noch 15.000 Kilometer beim Testen in einer Saison zurück. Es ging mehr darum, für das Team zu arbeiten, das Auto und Fahrverhalten so systematisch wie möglich zu verbessern. So konnten die Daten am konsistentesten analysiert werden. Wenn man jedoch kurz vor dem Rennen steht, denkt man als Fahrer nur daran, wie man das Beste aus dem Tag herausholen kann. Das Auto ist dann das Mittel, um dieses Ziel zu erfüllen. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Romain Grosjean startet von der Pole. Und daneben steht ein Haas. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Rosberg, Max Verstappen und Riccardo. Räikkönen, Hülkenberg, Perez und Pascal Werlein. Vettel, Bottas, Jenson Button und Hayanto. Sainz Junior, Massa, Fernando Alonso und Kevin Magnussen. Quert und Palma. Philippe Nasser und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Platz 1 und Platz 2 beim Qualifien hier beim großen Preis von Neuropa für das Haas Team. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2016. Aserbaidschan, der zweite Startkurs liegt oder steht an und ich habe Angst davor. Angst vor diesem großen Preis hier. Ja, ich mag diese Strecke nicht. Das wisst ihr ja mittlerweile zu fahren. Also die ist wirklich anspruchsvoll. Und wir werden auch hier weniger Benzin mitnehmen. 80,5 habe ich mich zu entschieden. Wir sollen eine Zwei-Schrub-Strategie fahren. Die Mediums bleiben zu Glück gar im Garten. Das finde ich sehr gut. Wir fahren hier die Supersoft und die Soft-Reifen. In Runde 13 und Runde 29 sollen wir abbiegen. Mal schauen, ob das wirklich so der Fall sein wird. Mercedes hat bekannt gegeben, dass man interessiert sei an Valtteri Portas. Das könnte ein Thema sein. Und das andere Thema könnte sein, ich habe zwei Mercedes hinter uns. Die könnten uns hier gewaltig ärgern. Bei den Red Bulls sehe ich weniger Gefahr, weil die haben kein Top-Speed. Und auf der langen Rand brauchst du Top-Speed. Motorenverschleiß. Das könnte auch sehr interessant werden, wenn der hier nämlich frühestens einsetzen wird. Safety car und so weiter. Kann ja auch durchaus passieren. Da die Ziele... Ja, die Ziele. Schwierig. Wir können keine Probleme feststellen. Halte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Ne, stehen bleiben möchte ich auch nicht. Ziel ankommen. Wir fahren hier lange Runden für Aserbaidschan. Ich glaube 51. Also 51 mal gleich Vollgas über 20 Sekunden. Und das tut dem Motor schon mal nicht gut. Deswegen einen hohen Motor vor Scheiß erwarte ich hier. Also da muss man aufpassen. Vielleicht sogar schon sehr, sehr früh. Das erwarte ich auch irgendwo, dass wir sehr früh schon anfangen müssen, den Motor zu sparen. Falls wir es überhaupt können. Hamilton nehme ich direkt hinter uns. Da hinter Rosberg. Alle auf den Super Soft Reifen. Keiner fährt mit den Soft Reifen los. Wir konnten uns da keine Vorteile verschaffen. Wir mussten auch rumstecken im Qualifying. Und deswegen jetzt mal aufpassen. Hin hin zur Kurve 1. Kurve 1. Versuchen Grosje uns zu attackieren. Aber auch versuchen, den Helm mitten hinter uns zu lassen. Und da müssen wir warten, bis das DRS ist. Hier die engste Passage. Da verliere ich ja die gesamte Zeit auf die KI. Während ich im Schluss die ganze Zeit wieder raushole. Aber ich rechne hier eh entweder mit einem Komplettausfall oder wie schon in der ersten Saison mit irgendwo in einem Crash auf der langen Geraden oder sogar auf der langen Gegengeraden ist durchaus noch was möglich. Die durchaus gefährlicher sein könnte bei einem Red Bull. Die kurze Gegengerade, wo wir auch DRS haben. Weil da schon merkst du die Beschönigung. 370 schaffen wir mit dem Haas. Mit dem ausgebauten Haas. Das ist saumäßig viel. Für eine Vorsilie oder wem ist das immer noch zu wenig. Also da würde ich mal gerne interessieren, was man da schafft mit den beiden. Ob man da die 390 knackt? Die 400 bezweifle ich. So. Ein letztes Mal noch die Bremsen aufwärmen. Hier muss man das ungefähr haben. Warum ich hier kurz gekostet werde. Keine Ahnung. So. Ich wünsche euch nochmal viel Spaß. Und ich wünsche mir hier sehr viel Glück. Weil das werde ich brauchen. So. Grosjean-Skarte von rechts. Besser. Auf der besseren Seite. Skarte von links. So. Günter Schkeiner ist scheinbar jetzt angespannt zu sein. Wäre auch gerne. Wenn man jetzt so sein Team selbst sieht. Oder die Boxen-Crew. Das wäre doch das i-Tüpfelchen in der Skadumstellung. Was man sich so im kleinen Fenster irgendwo sieht. Wenn die Mechaniker da gespannt auf den Monitor oder sowas schauen. So. Erste Kurve. Ich habe Angst. Ich glaube 51 Runden fahren wir hier. Das ist lang. Lang und Zeit, Fehler zu machen. Gerade was hier das Bremsen betrifft, habe ich ja grundsätzlich meine Probleme hier. Kurve 3. War das anbremsen. So. Drehzahl halten und dann geht's los. Exzellenter Skad. Im Vergleich zu meinen Teamkollegen. Position 1. Aber der lässt wahrscheinlich nicht locker. Genauso wie die beiden Mercedes auch nicht locker lassen werden. So. Ah, er reißt jetzt schon ab. Weil er muss schon abreißen. Aber damit hätte ich nicht gerne. Der Skad war sauber. Ja. Zu zweit. Kleine Berührung. So. Weil ich muss jetzt versuche jetzt ein Tempo rauszufahren. Und das fällt mir ja hier grundsätzlich schwer. Na ja. Wir haben das stärkste Auto. 1 und 2 verteidigt. Nur für die WM richtig herum. Ihr merkt schon. Ich schalte sehr, sehr früh. Bei 11.3 schalte ich mittlerweile. Auch hier die gefährliche Kurve zum Anbremsen. Da muss man auch aufpassen. Genauso wie beim Rausbeschleunigen. Bisher läuft alles nach Fahrplan. Weiß nicht, wer schlimmer wäre hinter mir. Hamilton oder Grosjean. Jetzt hier die Mood-Kurve. Da muss ich lupfen. Für das erste Mal muss ich da lupfen. Und das geht auf den Motorenverschleiß hier. Boah, der Gewaltfee. 12.4, 12.5. Ein armer Motor. Hamilton vorbei an Grosjean. Und Rostberg auch. Ja. Die machen jetzt Jagd auf mich. Grosjean wieder auf der 3. Können sich die Position gegen Rostberg zurückerobern. Und Emmett macht jetzt schon Druck. Ja. Emmett macht Druck. Danach kommt schon eine Lücke. Wetter soll trocken bleiben. Da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Schön angebremst. Trotzdem erholt auf. Hier jetzt ganz besonders. Das ist diese Risikokurve hier. Wo man viel krisieren kann. Das Auto auch wegschmeißen kann. Oder man verliert da nur viel Zeit. Hamilton ist dran. Boah, jetzt kommt mir das Hektar auch schon entgegen. So, perfekt. Fünf Sekunden. Und der, der macht Druck, der Junge. Und Rostberg auf der 3 wieder. Jetzt geht die Kurve besser. Oder ging sie besser. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Ja, welcher Wagen denn vor mir? Junge, mach die Augen auf. Es gibt keinen Wagen vor mir. Es gibt nur der Hamilton hinter mir und der Rostberg. Der Groschauer scheint noch dran zu sein. Wenn die sich duellieren, dann muss ich hier gegen Hamilton fahren. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen aufzudrehen. Eine Lücke herauszufahren. Also bewusst mal mehr Risiko eingehen. Hier die Kurve ist auch schwierig. Wahrscheinlich hätten wir ihn auch ein bisschen aufzuholen. Ja, hier ist es sowieso. Hier oben beim Ausgang wahrscheinlich auch. Ja, 51 Runden fahren wir. Boah, es war nicht sauber gefahren. Ich versuche eigentlich den Kopf zu vermeiden. Auch nicht sauber. Auch Scheitelpunkt nicht erwischt. Ja, der achte Gang ist hier besser. Zum Durchfahren. Rennstrategie. Rennstrategie. Hamilton wird 15. schneller. Weil der wird es wissen. Jetzt mit DRS. Hülkenberg aus dem Rennen. So. Ich habe mich nicht verteidigt. Ich fahre lieber hinter Hamilton. Ich versuche dann sein Tempo mitzugehen. Die Hinterräder bauen hier mehr ab. Ja, hier bremst er auch später als ich. Der bremst überall später. Hier habe ich grundsätzlich kein Vertrauen auf der Bremse. Oh, ich habe den Scheitelpunkt nicht erwischt. Also hier auf Ultimate, glaube ich, komme ich nicht ran. Da bin ich nicht gut genug für. Weil sonst müsste ich den Helm mitnehmen, die ich hinter mir halten können. Wollte zumindest mich absetzen können. Hülkenberg aus dem Rennen. Kein Safety Car. Das ist mich sehr wundert. Windschaden spüre ich, glaube ich, nicht. Ich habe auch keinen DRS. Jetzt fange ich an, den zu spüren. Okay, Abstand zum Führenden 0,5 Sekunden. Ja, halbe Sekunde. Ne, ich kann das Tempo nicht wirklich mitgehen. Der hier raus steunigen kann. Ja, heftig. Man, ich tue das jetzt dem Motor auch noch weniger gut. Keine freie Luft, keine Kühlung so gesehen. Kurve spät, runter scheint in den zweiten. Jetzt kommt der Sektor, wo ich die ganze Zeit wieder verliere. Fahr rein hinter mir. Okay, vier Sekunden. Die haben sich ein bisschen geärgert, ja, die beiden. Grosbeck und Grosjean. Sollte da anfangen, die Bremse komplett durchzuziehen. 1,1. Reicht wieder nicht für das DS. Sollange ich ihn aber sehe, umso besser. Jetzt habe ich wenigstens eine Orientierung. Das ist mein Vorteil. Als gerade, wenn ich vorne fahren würde. Morgen liegt auch unser Liga-Rennen an. Ich nehme es hier am Dienstag auf. Fahrfehler. Ich will einfach nur keine Fahrfehler hier machen. Das ist das Wichtigste hier. Fahren, fahren, fahren. Aber 1,5 sind auch lang hier. Wir fahren hier noch runter von 1,44. Ich denke mal, dass wir hier locker die zwei Stunden rankommen werden. Also in Vitromaterial. Da habe ich kein Vertrauen zur Bremse. Seit ich da den Wagen schon mal zerlegt habe. In der Wand. Ich weiß gar nicht, wo das war. Im Training, glaube ich, war das. Da bin ich auch im Qualifien und im Rennen und im Liga-Rennen auch die meiste Zeit verlieren. In dem Sektor. Ich darf da nicht in den siebten hoch. Ich muss da echt schon Ende sechsten Gang runterschalten. Mutkurve bleibt Mutkurve. Gut, so bräuchte ich keinen Benzin sparen. So kann ich weiterhin auf Skandard fahren. Ich stehe noch mal ein bisschen näher zu kommen. Mal schauen, wann wer abbiegt. Der macht einen Undercut. Grosso wird weiterhin durchgereicht. Skandard ist dem Kollege. Roman ist momentan auf B7. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Superweichnreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 45,7. Der ist ja sehr langsam näher unterwegs. Einen hat er auch geschrieben. Unter Kanada war das. Er geht davon aus, dass Roman Grosjean immer die zweite Strategie. Da glaube ich nicht dran. Glaube ich nicht. Weil die Rundenzeit bei ihm brechen auch irgendwann katastrophal ein. Und ich glaube schon, dass mein Teamkollegen einen Reifenverschleiß hat. Ich würde jetzt zum Beispiel auch schneller fahren. Oh, ich habe meinen Wagen schon rechts in der Wand gesehen. Ich wäre dann aus gewesen schon. Auch nach ein paar Runden. Nach 7. Von dem Monaco fahre ich meine 78 Runden und das schaffe ich das. Ich sage mal so, mir fehlt auch nicht die Erfahrung in Monaco. Mir fehlt einfach die Erfahrung hier in in Baku, Aserbaidschan. Ich weiß nicht, ob ich auch jetzt schon in Singapur die Erfahrung habe. Nur hier noch nicht. Jede Strecke ist halt einfach anders. Jede Strecke ist halt auch anders. Da macht Baku keine Ausnahme. Die Distanz zum Führenden beträgt 0,9 Sekunden. Ich schau, dass es hier noch einen zweiten Messpunkt gibt. Von der Leistungsvermögen der Fahrzeuge fahre ich zu schlecht. Zwar nur minimal zu schlecht, aber insgesamt fahre ich ein bisschen zu schlecht. Weil wir haben das stärkste Auto und da so messe ich mich auch. Zwar nur minimal als Sammeln. Okay. Pullposition gehabt und ausgeschieden. Super Teamergebnis. Damit gehe ich alleine da in der für die Team-WM. Das wollte ich hören. Rensch-Kategie. Super. Jetzt sehe ich die Anzeige nicht mal. Ich denke mal, dass sie mich reinholen wollen. Also ich denke mal, dass sie mich in der Boxengasse sehen wollen. Das andere macht für mich keinen Sinn. Rensch-Kategie. Ja komm, jetzt komm. Ich habe nicht Zeit. Ich habe nicht ewig Zeit. Hermit ein Weg ab, dann wick ich auch ab. Okay, hier bleiben noch zwei Boxen, Stops. Zwei weitere Boxen. Ja, super. Ich glaube, ich bin ein bisschen spät. Ausblick weit weiter. Hermit zieht die Softreifen auf. Ich weiß nicht, ob das Ziel ist noch realisiert, dass er die Softreifen möchte. Nee, haben sie nicht, okay. Doch. Mal wollen sie gelb. Wir bleiben dritter. So, jetzt können wir auch Motorenleistung sparen. Da kannst du mir auch sagen, wann. Keine Strategie. Das müsste er wieder überlegen. Nee, doch nicht. Okay. Also wenn Horstberg jetzt reinkommt, hat er richtig verloren. Wir haben am meisten verloren. Unser Teamkollege ist ausgeschieden. Und das auch bei der langen Gegengeraden, da mag es sich ja eh auch gegenseitig zu überholen. Aber auch sich gegenseitig abzuschießen. In Runde 9 ist er es der Sälfte. Okay, also bei John ist das ja keine Seltenheit. Auch wenn wir beim ersten Rennen hier gar keins gesehen haben. Wo man das ja mit Spannung erwartet hat. Hat man gesehen. Jetzt weiß ich nicht, man hat das Rennen so ein bisschen im Fernsehen verkauft. Ja, es wird das geilste Rennen. Ja, okay, Mutterschaden. Und das Rennen war so stinkt langweilig. Ja, aber vorher hier sagen, Jo, das ist das geilste Rennen ever. Ja, von wegen. Also die Strecke zum Zuschauen war nicht spannend. So, Bottas auf den Soft. Der war außerhalb der Top 10 geschreit. Ich glaube, von 12. Genauso wie Vettel. Aber die profitieren eigentlich jetzt auch davon. Weil die wollen wahrscheinlich eine Einschreibstrategie fahren. Aber die Reifen von Bottas sind älter. Das heißt, da sollte ich mich auch wieder absetzen können beim Restart. Und nach dem Restart sowieso. Die Frage ist, kann ich das Tempo von Hammett mit den Softreifen mitgehen oder nicht? Die Softreifen ist auch ein ganz einfaches Grund. Da habe ich relativ spät noch mich umentschieden. Okay, Rosberg, du wirst jetzt richtig verlieren. Ja, überrascht, weil auf einmal kommt die Kurve schon. Also Rosberg, der wird richtig verlieren jetzt. Der wird mit dem Feld rauskommen. Skatos Konkurrent. Das ist der gerade. Ich finde schade, dass man nicht eingebaut hat, dass man die Position weiß. Weil 16 Sekunden, das ist viel. Der ist ja sehr weit hinten. Der ist ja wirklich sehr weit hinten. Rosberg nicht auf der 4. Wer ist denn auf der 4? Wehrlein auf der 4. Ja, lecko mio, ey. Ein Mano auf der 4. Ja, Wehrlein auf der 4. Dann Masse auf der 5. Okay. Greifenbauern gar nicht ab. Natürlich die Frage, wie lange halten die Supersoft? Also wann macht man den Undercut gegen Hamilton? Das ist meine Frage. Während des Rennens. Ein Taktikspiel. Aber wir müssen erstmal gucken, ob wir überhaupt den verfolgen können. Also dranbleiben können. Mit der Motor geht's... Achso, der Motor wird zu heiß bei der Supersoft. Ne? Das sind 88 Grad. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir fahren doch hier so langsam. Das muss jetzt eigentlich dem Motor gut tun. Aber ich frage mich, was der Grosjorda gemacht hat, dass der Motor hochgegangen ist. Eigentlich müsste man hier im Motorschenen erwarten am Ende des Rennens. Das Safety kam im 8. Rennen, ja. Und 7er war schon da. Also Bernd im Dauereinsatz. Wir haben erzählt, dass wir ja den Bottas irgendwie bekommen. Wundert mich eigentlich, dass man sich an Bottas orientiert, weil der hat mich eigentlich nicht wirklich überzeugt, diese Saison. Wundert mich. Aber der hat ja noch einen Vertrag bei Williams. Und daher muss man mal sehen, ob das überhaupt was wird. Weil die möchten echt den Wehrlein nicht haben. Also Toto will dann nicht wirklich haben. Alonso und Fettis sind weg vom Thema. Ich glaube, es geht dann hier nur noch um Bernd oder Bottas. Ich glaube, die beiden sind es nur noch. Und irgendwie verhandelt man da vielleicht auch was mit Williams. Gut, man weiß vielleicht, was man von Bottas hat. Der ist schon gegen Hampton, gegen Master gefahren jetzt drei Saisons. Hat er aber wirklich in meinen Augen nicht überzeugt. Also nicht gegen Master, nicht gegen Master genug überzeugt. Aber hey, jetzt willst du schon wissen, was sie tun. Also wenn ich wirklich Chef wäre, ich hätte schon längst in Werlern hochgestuft. Schon längst. Da habe ich ja nicht gar nicht mehr lange überlegt. Wenn ich keinen Top-Fahrer aus dem Vertrag rauskaufen könnte, muss ich aus dem Juniorenprogramm einnehmen. So wie das Red Bull macht. Entweder es geht auf oder es geht nicht auf. Entweder es geht auf wie bei Verstappen oder es geht nicht auf wie bei Quillard. Eins vor beiden. Und dann weißt du auch, wie gut der Fahrer in Wirklichkeit ist. Aber das Risiko möchten sie nicht eingehen. Und für Bottas wird das dann auch Tarriere entscheidend sein, wenn er bei Mercedes anfängt. Weil man rechnet ja auch eigentlich damit, dass Mercedes weiter in vorne sein wird. Außer Mercedes natürlich. Die Eiligen hat grundsätzlich den Ball immer sehr, sehr tief. So. Bin ja mal gespannt. Safety car wird jetzt wahrscheinlich schon reinkommen. Ja. So vorher selber, richtig mal. Jo. Jeff, alles klar. Alter, warum gehst du hier nochmal voll in die Eisenhermelten? Ist nur eine Minikurve. Wer ist auf der 6? Seins. Seins, okay. So. Safety car biegt gleich ab. Na ja, ich wollte gerade sagen, ein Bottas muss ich jetzt eigentlich Zeit rausholen. Ich hätte hier angreifen können. Aber ich möchte mit dem mitfahren. So. Was nennt man Strategie? Weil von Bottas müssen wir zwei jetzt absetzen können. Die erste Unternehmenssätze, das ist wirklich die schwierigste. Also wirklich, Grip bieten die Reifen nicht. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 0,8 Sekunden. Boah, Unterscheuern wie Sau. Ich würde mir gar nicht in den Barkow, wenn ich hier Unterscheuern habe. Oh, das wird mir schwer für einen Hamilton zu folgen. Gerade in diesem Sektor, wo ich die ganze Zeit verliere. Wie heißt es, ist noch nicht aktiviert worden? Wenn ich nach oben gucke, ist ich nur blauen Himmel. Ich fahre einfach vor mir. Variante ist auf der 3. Variante auf der 3. Ich habe den geraten, dann muss ich wieder mal hochfolgen. Das ist kein einfaches Rennen. Weil für mich ist das das schwierigste Rennen. Neben Australien. Bisher. Ich wäre auch mit dem zweiten Platz zufrieden, weil der zweite ist das Ziel. Teamkollegen hätte ich schon geschlagen. Jetzt hätte ich das Auto jetzt in der Wand setze. Das Ziel hätte ich schon mal. Das wäre jetzt besser durchfahren. Ja, die Kurve kann man auch gerne abkürzen. Also Hamilton baut den Vorsprung aus. Je her hat er der Reifen, umso mehr Zeit verliere ich. Das wird sich, glaube ich, nicht mehr ändern. Jetzt ist die Frage, ob ich den Windschatten noch spüre. Hier ist eigentlich so viel auf. Fahrer vor mir. 43,9. Stark. Fast zu stark. Ich muss was suchen, reinzukommen. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas auftreten, wenn du willst. Wenn du eine Benzinreserve haben, weiß ich doch. Fahrer hinter mir. Okay. 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 Sieben Sekunden ist der Welt. Das heißt, Helmut und ich fahren hier unser eigenes Ding hier. Auf kurz oder lang. Boah, es kommt kein Safety Cup. Mehr. Schnellste Rennrunde von mir. Das sehe ich auch, Chef. Rennsch-Kategie. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Du hast 18 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Also machen wir 17. Ja, also, boah, es ist lang mit dem Supersoft dann. Konzentriert weiterfahren. Helmut jagen. Wie in zu früher Zeiten, wo ich die Form eines geliebt habe. Jeder. Man jagt einen. Man jagt einen. Die ganze Zeit. Und die ganze Zeit. Das war früher skandler, dass man hinter einem hergefahren ist. Heutzutage fährt man ja neben vorbei. Und es gab noch jemanden zu jagen. Das habe ich geliebt bei Schumachers Zeiten. Schumacher Alonso. Wo wirklich der Schumacher den Alonso gejagt hat. Das habe ich geliebt. Da ging es um den Rennsieg in Imola damals. Und das war so geil, sich nur anzusehen. Dieses Jagen. Dieses gegenseitige Jagen. Den Gegner in den Fehler reintrimmen. Ja. Druck aufbauen. Gibt es heute leider fast gar nicht mehr. Das finde ich so ein bisschen schade. Der Kern des Sports ist so ein bisschen flirten gegangen. Ich kann mich noch zum Beispiel an Silverstone erinnern. 2014, wo Williams vorne war. Und dann durch den Undercut eigentlich nur ein Mercedes durchgekommen. Da hat das Benzin gefehlt. Da hat das Benzin gefehlt. Eine Tankenschutz-Kategie. Wenn da Williams schwerer gewesen wäre. Auf Verdacht schwerer. Da hätte sich mit dieser Sache auch ein bisschen schwer getan. Oh nein. Mit dem Undercut kannst du ja so viel machen. Und auch meine Strategie hier. Ich bleibe jetzt auch komischerweise echt dran an Hamilton. Früher war vieles besser. Nicht alles. Aber vieles. Ja. Früher gab es noch nicht diese Social-Media-Plattform. Wo ja jeder x-beliebige seine Meinung preisgeben konnte. Das war ja früher nicht so der Fall. Da hat man das geguckt und da hat man seine eigene Meinung gehabt und hat sie im Bekanntenkreis vielleicht erzählt. Heutzutage wird es ja herausgeschreit auf die gesamte Welt. war früher auch nicht so der Fall. Früher hat man ja wieder geguckt oder nicht geguckt. Ich glaube, ich habe mich mit Klassenkameraden immer ausgetauscht in der Grundschule. Das weiß ich auch noch. Morgens um sieben Uhr draußen, schön in der Gelde. War geil. Und das Formel-1-Rennen war da 30 Minuten oder 20 eigentlich. 20 bis 30 Minuten. Ich kann mir dann immer da. Morgens am Abend und dann gelabert über die Welt über das Rennen. Wenn es das Rennen war. Das war schön. Das hat mich schon angefangen bei mir. Also in der Grundschule. Boah, das sind sie schon 10 Sekunden. Ich sage, er will euch fangen unser eigenes Süppchen. Er kann aber die Sekunde halten. Ich habe auch meistens Probleme dann, wenn der Reifen abbaut. Also wenn er die magische Grenze von 30% erreicht, dann merke ich den Abfall. Formel-1 früher versus heute. Was war früher besser, was ist heute besser? Was ist heute besser? Ja. Das ist schwierig. Da hat nicht viel gefehlt. Das Auto, wie er leicht unterscheuert hat. Ich mache keine engen Passagen. Boah. Also ich darf mich verbremsen. Das bewundert mich jetzt. Kein Vertrauen in die Bremse. Das wird sich auch, glaube ich, hier nicht ändern. Ich glaube, ich rieche die verloren auf Hamilton. Zwei Sekunden. Trägt jetzt seinen Vorsprung. Den hole ich auch nicht mehr auf. Ein paar Fahrfehler, große Wirkung. Fahr rein hinter mir. Gott, das liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 11,9 Sekunden. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 45,4. Greifen soll niemand ansatzweise tot. Krass, dann habe ich aber schon das Gefühl. Als der Wagen anfangen möchte zu rutschen. Fahrschuhvideos, da werde ich mich gleich nochmal hinsetzen. nochmal ein bisschen Material aufnehmen dafür. Ich denke mal, einige werden sich schon fragen, wo bleibt mal das erste Video davon? Ja, es dauert. Nur eine 18 schon. Ja, super. Das ist nicht mal die Halbzeit. Das ist ein Drittel. Ein Drittel und der Motor ist schon angeschlagen. Wenn ich da zu viel Gas gebe, ja, da passiert genau das. Dann wird da sagen, nur rutschen, rutschen, rutschen. Ich sag mir, wenn der Motor nicht hochgeht. Ist mir gerade das Ratsch gehen geblieben, jetzt nicht. 2,7 hier, viel zu weit raus. Ich fahre vor mir. Eine Sekunde habe ich verloren. Ich fahre mit alten Weichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,44,3. What? Ich fahre 44,8. Masse auf der 3. Scheint es sich da hinten zu geben. Überrunden werden wir deutlich später. 2,5. Und dieses Rausbesteunigen aus den tiefen Gängen, das mag der Mutter auch nicht. Da habe ich jetzt eigentlich viel Schwung mitgenommen. Also den Hammond sehe ich ja ab und zu noch. Ja, hier sehe ich ihn ja lange. Oder merke, dass er echt den Vorsprung ausbaut. 2,7. 44,3 ist er ja gefahren. Das wird ein schweres Liga-Rennen für mich morgen. Ist auch noch gutes Training hier ein bisschen. 2,7. So ein Prozent-Rennen ist immer ein gutes Training. Ich glaube, der Master wird auch noch mal einen Stopp machen. Der hinter mir wird alle noch mal einen Stopp machen. Aber das Gefühl, ich hole dir ein bisschen was auf Hamilton auf. Meine Hinterräder blockieren gerne. 2,4 ist täuscht. Null Risiko dort. Oh ja, der Curb. Oh ja. 2,7. Also wenn ich gut bin, kann ich was aufholen. Aber auch nur, wenn ich gut bin. 2,7. Das war eine schöne erste Kurve. Ja, im Bremsvorgang schiebt der Wagen. Ja, 13 Sekunden muss ich auch verteidigen können noch. Gefühlt richtig gebremst. Im Endeffekt aber ein bisschen zu spät. Fahrer vor mir. Also Hamilton, der wird auch langsamer. Was die Rundenzeiten betreffen. Aber Mainz geht langsam dem Ende entgegen. Also die Reserve. Deswegen fahren wir jetzt mal hier auf Standard. Ja, obwohl wir den ganz kurz auf Fett und jetzt auf Standard. Aber wenn es jetzt in der Theorie fast nichts gebracht hat. Ich bleib bei 2,6. beträgt 2,0 Sekunden. Okay. Ich habe es aufgeholt. Wir nähern uns so langsam der Halbzeit des Rennens. Habe ich gemerkt. Habe ich gemerkt. Aber das ist noch schön. Und dann bin der Schnitt gesehen schon. Habe ich gemerkt. Der ist ja rausgeholt. wieder. Rentsch-Kategie. Okay. Elf Runden. Nase aus dem Rennen. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Gut, das hilft mir sogar. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Das hilft mir. Das hilft mir. Nase aus dem Rennen. Boah, ich gar nicht. Das ist ein Ziel. Warum hilft mir das ganz einfach? Beim Virtuelles Safety Car kann ich so zwei Sekunden aufholen. Je nachdem, wo es endet. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Ja, das meine ich damit. Ja. 2,3. Da bin ich dran. Da bin ich auch immer wieder dran. Das hilft mir weiter. Unser Abstand zum Heftermann beträgt 17,8 Sekunden. Das habe ich jetzt was gebracht. Weil die geben nicht Gas. Da sagt er, virtuelles Safety Car zu Ende. Naja, aber es ist noch überall gelb. Aber das geht eigentlich schon zu Ende. Dann heißt es ja eigentlich, du hast schon Gas gegeben. Und dann kommt natürlich das Delta. Also man kann es riskieren. Man hat es gesehen. Zwei Sekunden habe ich natürlich aufgeholt. Weil ich die Kurve 1 einfach schon mit Vollspeed gefahren bin. Oh Junge. Jetzt räumen sich die Fehler. Dann müssen wir nicht wieder weg. Wie lange kann man mit den Supersoft fahren? Wir sind ja in Runde 9 vorhin reingekommen. Okay. Das Problem ist, was mache ich? Was mache ich? Wenn das Heftiker jetzt rauskommt. Das wäre so ungepassend. Das wäre auch ungepassend gewesen. Ja, 1,4. Ich habe wieder aufgeholt. Und Benzin habe ich auch dadurch bekommen. Also das hat mir echt was gebracht. Die Hinterriter sind jetzt bei der magischen Grenze von 30. Rentschrategie. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Einen Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Beim Boxenstoppfenster öffnet sich in neun Runden. Neun. Ihr rechnet damit nicht, dass die Supersoft 20 Runden halten. Schwierig. Und in neun kam das Safety Car, oder? Also sprich, mit den Runden kann man das locker fahren. Die Videos braucht man hier ja im Rennen gar nicht. Ja, ich fall zurück. Die Rundung kommen leider auch noch nicht. Fahr rein hinter mir. Würde kritisch sein. Ja, das ist kritisch. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,45,5. Hat Hamilton jetzt auch ein Motorproblem? Aber das war brutal, wenn ich da aufgeholt habe. Fahrer vor mir. Hammenden vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde etwa 16 auf. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute, 45,1. 45,1. Also keine schnelle Runde. Jetzt muss ich überlegen, was ist dann strategisch gleich das Beste? Überholen oder nicht überholen? Ich glaube eher nicht. Klar, dann durchnehme ich mir die Chance, den Vorsprung vielleicht rauszufahren. Weit dran bin ich. Überholen? Ja, nein. Jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt muss ich mich gar nicht entscheiden. Das war eindeutig. Ja, und gleich mal Bremspunkt verpasst. Ja, man hat ja kein DS hier. Auf der Bremse, ja. Da holt er auf. Jetzt muss ich alles aus dem Wagen rausholen. Rosberg wieder auf der 3. Ja, du schnittst zur Rennrunde. Da habe ich echt kein Vertrauen in die Bremse. In der Kurve habe ich kein Vertrauen in diese verdammte Bremse. Wer, der spart gerade Benzin oder hat ein Motorproblem? Ich habe einen erhöhten Reifenverschleiß, weil ich häufig gegenlenken muss. Oh, der ist schon richtig angeschlagen, der Motor. Scheidebomb nicht erwischt. Ein paar Reihen hinter mir. Zeit, letzte Runde. Ich bin 17. schneller. Aber mein Motor macht mir Sorgen. Wir sind bei der Halbzeit und der ist fast gelb. Und das mit dem Motor hier am Ende hoch geht. Weil das kann ich gar nicht gebaut. Ein Motor, der hier hoch geht. Da schaut euch an, der ist schon auf jeden Fall hellgrün. Geht schon immer ins Gelb nicht über. Zwei Sekunden. Rennst du gerade gehen? Fahr rein hinter mir. Zeit, letzte Runde. Okay, die letzte Runde lag bei 1 Minute 44,6. Das ist wundert mich. Das ist aber immer 7. 10. Schneller fahren. Skatos Konkurrent Kermit hat jetzt richtig aufgeholt, ich habe das Gefühl, die fand die Kurve nicht voll, die muss jetzt auch kurz dupfen. Bumm! Das wäre es jetzt. 45,1. Du hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Okay, dreht auf. Oh, ich bin langsamer geworden. Ja, das kann ja mal einer vergleichen, die Topspeed-Unterschiede zwischen angeschlagenem Motor und am Anfang des Rennens. Gut, da haben wir den Benzin natürlich noch nicht drin, deswegen ist das schwer vorherzusagen. Rennsch-Strategie. Du hast noch einen Boxenstopp, einen Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Du hast vier Runden, bis sich dein Boxenstopp fest eröffnet. Ich habe das Gefühl, der Rosberg holt auf. Aber auch dem kann ich ja gar nicht fragen. Gelb in Sektor 1, Eriksson. Anscheinend ist das Problem gravierend, er gibt auf. So, was kommt jetzt? Safety, aber jetzt muss ich mich entscheiden. Wenn es kommt, Supersoft. Oft mal kommt gar nichts. Ich kann den Motor ja nicht schonen. Da muss der durch. Aber das tut der Motor echt nicht gut. So lange gerade. Das würde ich mal gerne in echt auch interessieren, ob das auch der Fall war. Dass sie gerade den Motor extrem geschadet hat. Ja, ich sehe es ja. Ne, warum jetzt ein Safety Car? Warum jetzt ein Safety Car? Komm, ein bisschen spät. Aber werden langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Boxenstopp. Alles klar. Komm, am Ende dieser Runde rein. Fuck, 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 fuck. Danke. Glaub ich, dass sie das Problem lösen konnten. Wenn das Safety Car ist, ist mir durchaus bewusst, dass der schneller wird. Auch mit dem kaputten Wagen. Warum das Safety Car jetzt? Klar, so kann ich den Motor ein bisschen schonen. Aber viel eigentlich nicht. Gut, Herrmin, holt er natürlich nicht auf. Das heißt, den Vorsprung behalte ich in der Boxengasse. So, wir werden abbiegen. Wir werden uns hier super soft abholen. So, Hamilton. Kommt auch. Okay. Holen wir das mit dem Fight. Das mit dem Fight. Das mit dem Fight den letzten unten. Das sag ich euch. Da bin ich super soft genau wie ich. Wo ist Rosberg? Wo ist Rosberg? Auch das Kilometer weit weg. Das heißt, wir bleiben auf der 1. Sogar noch souverän. Ich muss natürlich gleich einen Vorsprung rausfahren direkt. Du führst. Also überhole es nicht. Bleib hinter dem Safety Car. Warum? Wir packen eigentlich das Safety Car mit. So. Führung und Safety Car. Das zweite. Und Helm hinten hinter mir. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Ein leichtes Rennen. Was grundsätzlich noch nicht. Aber trotzdem. Rosberg ist natürlich jetzt dran. Der muss doch mal rein. Der ist nicht reingefahren. Wie schon beim ersten Mal. Reitensstrategie? Na klar. Jetzt hätte ich mich jetzt auch stark gewundert, wenn er jetzt was anderes gesagt hätte. So. Wir sparen jetzt natürlich noch mal Benzin dadurch. Motor-Skatus. Etwa 21 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir liegen etwas über dem optimalen Benzinstand. Die Benzinlast ist ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu hoch. Das liebe ich. Das Wort. Bisschen zu hoch. So. Die letzten Runden mögen jetzt. Da kommt noch mal Spannung auf. Ja. Fight gegen Louis Hamilton. In den letzten Runden. Der wird alles versuchen. Alles. Ich muss versuchen. Einfach wieder Zeit rauszufahren. Also auf den abgefahrenen Softs. War ich komischerweise dann irgendwann schneller. Entweder er hat einen höheren Reifen. Vor Scheiß. Wovon ich jetzt ausgehe. Weil ich spüre diesen Reifen-Bug nicht mehr wirklich. Das tut dem Motor hier gut. Ja. Mal nur mit 270 hier im achten Gang mich zu heizen. Ricciardo auf der 3. Was schön mit in den Hamilton ärgern könnte. Glaube ich aber nicht dran. Ich glaube das ist ein Kampf zwischen Mia und ihm. Um den Rennsieg. Wie man hier Benzin sparen kann. Eine Runde. Eine lange Runde. Das ist wie ein gutes Leben. Das war eigentlich an zu singen. Aber ich hase solche Safety-Car-Fans. Die sind so langweilig. 20 Runden noch. Ja wenn der Motor nicht am Ende orange ist. Dann weiß ich auch nicht weiter. Wir haben noch nie geschafft, dass der Motor hochgegangen ist. Noch nicht. Aber man weiß, dass es geht. Naja mit den Ausscheidern ist logisch wird das Ding hier gewöhnt. Dann muss er jetzt nach Hause fahren. Oh selbst das ist nicht einfach. So. So der Big Time. Wir fahren noch eine Runde. Überall noch 0%. Okay. Bestes Reifen-Magagement bei mir. Also wenn wir die als normale Straßen. Reifen benutzen. Dann halten die auch lange. Dann halten die auch extrem lange. Wo ein Prozent hinten links. Wahnsinn. Ich denke mal der Seven schon höheren hat. Am Anfang merkt man das jetzt eh nicht so. Im Korb haben wir mal darüber diskutiert wie es bei den echten Teams ist. Ich glaube das war in Singapur der Italien. Eines von den beiden. Es kommt ja auch bald Italien. Und dann kommt noch Singapur. Singapur kommt am Weihnachten raus. Das Qualifiyen am Weihnachten. Und das Rennen am ersten Weihnachtstag. Das ist perfekt. Einfach nur perfekt. Einfach nur perfekt. Vor der Räder machen gar nicht ab. 0 0 0. Obwohl wir wie viele Kurven haben. Aber es ist ein Straßenbelag. Straßenbelag der ist jetzt nicht so. So giftig sage ich mal. Der ist rau sagt man dann ja auch. Also sehr eben. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Stumpfronte entwickelt. Lassen wir es dich gleich wissen. So ich denke mal das Chef jetzt abbiegen wird. Und dann wird das lange 18 Runden. 18 Runden muss ich noch den Hammond hinter mir halten. Fahren auf dem höchsten Niveau. Ja. War klar. Mein Problem ist ja mit den Hinterrädern. Seht ihr das? Das kommt in dieser Runde rein. Wir werden das Tempen des Feldes in Sektor 3 bestimmen. Halte dein Delta und wir bis das Safety Car wieder in der Popsen passen ist. Kiano 3, Haryanto 4. Kupfer Haryanto bittest du ein gutes Rennen. Ja. Ich passe dich sofort mir an. Ja. Ja. Oh mein Gott nochmal. Spiel du müsstest mir schon längst die Freigabe geben. Okay. Alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Rennen. So. Jetzt wird's spannend. Das wollte ich nicht verstehen. Ja. Ja. Das wollte ich nicht verstehen. Ja. Das wollte ich nicht verstehen. Der Grab ist deutlich höher. Deutlich. Das ist schlecht. Dahinten redet er sich auch schon. Ich kann mich nicht absetzen. Ich kann mich nicht absetzen. Wenn ich mich hier noch verbremse umso schlimmer. Wir haben Berzin Überschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit mir schon greif haben. Ja. Aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein etwas mehr aufzudrehen. Aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein etwas mehr aufzudrehen. Okay. Okay. Ich kann mich nicht absetzen. Ich kann mich nicht absetzen. Ich hab die Zeit jetzt nicht von ihm gesehen. Ich kann mich nicht absetzen. Ich kann mich nicht absetzen. Ja. Der kommt besser zurecht. Ich habe auch das Gefühl mir viel wie die Orientierung. Junge Oh, das bringt mir jetzt Vorteile, weil Hamilton natürlich richtig aufgehalten wird Die wird alle aufgehalten dadurch Oh, war das knapp, boah, war das knapp Die hat ein ernsthaftes Problem, die überholen den nicht, die überholen den nicht Die überholen den nicht Okay Die sind auch böse enden können, echt Die sind nicht noch aufrasten können Keine, dass sie nach Hause fahren, nur noch sie nach Hause fahren Alter, das war Rianto Fahrer hinter mir Bevor ich da 10 Sekunden liegen lasse, bremse ich lieber 50 Meter früher Alter, was geht hier ab gerade Was geht hier gerade ab, was hat Rianto ausgelöst Der fährt immer noch Ich will alles, nur kein Safety Car mehr Kein Safety Car mehr Skatos Konkurrent Die letzte Rundenzeit lag bei 1,47,2 Was ausgeschieden ist, erwähnt er gar nicht Ich sag nicht, der geht jetzt da hinten Ey, wenn der jetzt hier noch 16 Runden rumguckt, Rianto, dann kriege ich Panik Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst Der raucht doch Die Strecke ist frei, grüne Flagge Okay Das wurde mir sicherlich Ich darf auch nicht zu langsam fahren Ich muss ein gewisses Tempo fahren Weil wenn er mit einer Sekunde aufholt, reicht das schon 42,3 Okay Ich muss den Wagen weiterhin an dem Limit bewegen Magnus aus dem Rennen Verstappen auf der 3 Fahrer hinter mir Und ordentlich auf Zeit, letzte Runde Zwei Sekunden Da war da auch der Arianto dabei Da war der Arianto auch dabei Okay Okay, 42,3 ist der gefahren Der Hamilton 43,7 Das ist deutlich zu langsam Aber es ist 1,5 Sekunden Wenn ich so weiter fahre, hat er mich am Ende Ich hoffe, das macht er schneller Wagen als ich Boah, das ist auf der 3 Philipp ist nochmal Konzentration Die letzten 14 Runden Die Reifen bauen ordentlich ab Fahrer hinter mir Palme aus dem Rennen Der Abstand zum Hintermann beträgt 20,2 Sekunden Sie fahren mit neuen Superweichen Die letzte Rundenzeit Lang bei 1 Minute 53,1 Okay 18 ist schon ausgeschieden Die Elektromediales werden lang werden Ja, Masse ist auf frischen Supersoft unterwegs 13% hinten Im Normalfall wären wir schon 10,70 Das ist rausgekommen Wie sieht mein Motor aus? Gelb? Gelb? Skak ist gelb? Gelb Okay 43,6 Das ist nur eine halbe Sekunde Was er aufholt Das würde nicht bis Rennende halten Oder reichen Gut, mein Vorsprung würde reichen Okay Okay, Chef 13 Runden Das ist Also lange noch geht's auf die Konzentration Weil Baku ist komplett neu für mich Immer noch Das ist einfach so Das ist Konzentrationssache noch Wenn man hier irgendwann mal sein Auch seine Routine hat Einfach hat Also Routine heißt so 5, 6 Grands Wie sieht die Sache anders aus? Hinten rechts Der Motor am meisten ab Der Motor auch Der wird am meisten ab Der nutzt am meisten ab 18,5 Okay Da muss ich schon 1,5 Sekunden aufholen Schade Das ist auch das El Entschieden hat Aber Hermann ist nicht vorbeigefahren Das verstehe ich mir Die ganze Truppe dahinter auch nicht Wenn ich da voll mit Kararo mit Risiko durch Durchgebrettert bin Auf den Williams Suche ich da vorne auch nicht auf Ich würde sogar noch sagen Ich verliere er Und der siegt der Tät richtig gut Weil der so schwer war Für mich mein Teamkolleg ist ausgeschrieben Die 25 Punkte sind sehr wichtig Für die Team-WM Die wir ja auch gewinnen wollen Und erst werden wir eine Benzinreserve übrig haben Du kannst den Motor etwas aufdrehen Wenn du willst Ja, damit der Motor noch schneller kaputt geht Das ist es ja Noch 11 Runden Und noch knappe 20 Minuten Wo ich hier konzentriert fahren muss Das ist ja Schulnote 2 Das ist aber das Maximum Also 1 fand ich das jetzt nicht wirklich Dafür waren auch zu viele Fahrfehler drin 1 muss was besonderes sein Und Keine Fahrfehler Strategisch Meisterwerk Spanien sowas zum Beispiel Das ist etwas was dann 1 ist Der Williams fällt mir sogar weg Fahrer hinter mir Zeit letzte Runde Achtzehntel okay Ich kann es ja mir leisten Hier 44 1 Ja wenn ich jemand vor mir habe Dann läuft das besser Ich glaube in der Liga wird das Ein Stopp rennen Zurück haben da aufgehört die Hinterräder zu blockieren Das wäre es ab in die Wand gegangen Ich habe auch das Gefühl Ich bin glaube ich bremst zu spät Rekal und Verstappen Die Dunedin ist so ein bisschen um Platz 3 Habe ich das Gefühl Oh der ist schon skarp gelb Und auch keine Rauchzeichen Boah skarp Ja wirklich skarp gelb Also ich bin so nicht wundern Wenn ich das Reddit verliere Durch den technischen Ausfall Weil so gelb wie der ist Das war am Anfang der Saison Bei mir nur so Wo ich wirklich die Gänge Ausgereizt habe So wie jetzt gerade Sollte früher hochschalten Die Frage ist nur Kann man damit was retten 25% hinten Also ich bin so Runden, glaube ich, gleich noch, oder? Ja, acht. Achtmal noch. Also, Hermann müsste zwei Sekunden jetzt aufholen, das schafft er nicht mehr. Zwei Sekunden wäre zu viel. Können wir nochmal ein Thema anreißen, oder? Oh, oh. Oh, oh. Das ist der drittplatziert, nur noch mal so als Randnotiz. Und der hat Probleme mit dem Wagen. Viele haben Probleme hier mit dem Wagen. Bin ich der Einzige. Wie wird das in Italien sein? War das da auch so krass? Zeit, letzte Runde. 1,54,4. Fahr rein, da mehr. Hermann, lehre dir. Der Abstand zum E-Tabon beträgt 15,5 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute. 53,2. Ja, er holt zwar auf. Also, ich glaube, wenn es hier drauf angekommen wäre, unharrantig hätte es, glaube ich, verloren. Ich glaube, ich hätte das verloren. Weil das jetzt die Sicherheitsfahrt noch zwei Sekunden langsamer. im ersten Mitte Teil. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, der wird immer gelber. Der geht schon ins Orangene über. Oh ja, das wird auch ein Spaß, wenn es morgen im Liga-Rennen hier regnet. Fahr rein hinter mir. Okay, der dreht nochmal auf. Der dreht nochmal auf. Dann muss ich das auch. Wo ist halt auf her mit dem Kontern. High-Könner auf der 3. Na, hier fahre ich ganz vorsichtig mittlerweile nur noch hoch. Weit weg vom Limit. In Kanada, wo ich gedacht habe, das könnte leichter werden. Pustekuren. Oh, wenn der nochmal 10 Sekunden dran ist, dann wird es nochmal eng. Deswegen wieder auf Fett. 44,3. 1,5 Sekunden. Also 1,5 ist schon eine Schmerzensgrenze. Frau Rosberg auf der 3. Konzentration. Konzentration. Man merkt es, glaube ich, bei der Kurve, das ist das größte Problem mit dem Bremsen. Genauso wie bei der hier. Wacken. roller. Pünkt. Vor graphem. Tor fian. Vor. 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 Fünf Runden gleich. Noch fünf lange Runden. Ich drehe die ganze Zeit schon wieder auf. Ich drehe die ganze Zeit schon wieder auf. Okay. Man will auch keine Fehler haben. Ich glaube, das muss man ja aus dem Kopf rauskriegen. Weil das hatte ich bei Hammett nicht. Da weiß man, das ist irgendwo egal. Aber jetzt, wo es einfach um den Rennsieg geht, da spüre ich auf einmal Druck. Da spüre ich auf einmal Druck. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 10,6 Sekunden. Vielleicht bauen wir seine Reifen jetzt auch radikal ab. Ja, kommt der Motor damit auch noch raus. Skaitos Report. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Der Abstand zum Hintermann beträgt 10,6 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Noch fünf Runden bis zum Ende des Rennens. Vier. Vier. Vier Mal noch. Und alle Jahre wieder. Also vom Erfolg her ist das der wichtigste hier. Der wichtigste Bauschkein für mich. Da ist der Monaco-Sieg nichts gegen. Dieser Sieg ist für mich viel, viel wertvoller. Weil Aserbaidschan geht für mich fahrerisch gesehen über Monaco. Weil es sich einfach noch Schellen gibt, die einfach Mut erfordern. In Monaco fährst du heute auch sehr langsam. Hier fährst du mit dem achten Tag um eine Kurve. Da muss alles passen hier. Mit 300 mit Vollgas durch. Das ist viel anspruchsvoller. Noch drei Runden. Noch fünf Minuten circa. Ja, ein bisschen mehr. Fünf Minuten können so lang sein. Fahr rein hinter mir. Femmelken liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 9,3 Sekunden. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,43,3. Skat gewonnen. Der war sensationell. Der war wirklich der... Ich glaube, mein bester Skat war das. Mein wirklich bester. Komm, los. Vom Wegkommen. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das heißt, zweimal kommt die TV-Camp wieder ins Spiel. Gerade hier wird das spannend, glaube ich. 8,6 ist mir wurscht. Noch zwei Runden gleich. Zugang des Autos. Wir erwarten, dass die Reifen jetzt langsam Abnutzungserscheinungen zeigen. Der Grip lässt eventuell etwas nach. Sie sollten aber noch eine Weile durchhalten. Na, Müdigkeit setzt es bei mir jetzt auch ein. Sieht man schon, ich verschlangen linge. Bei einer Geraden. Die Sofa habe ich nicht, aber trotzdem. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 8,0 Sekunden. Ja, das schafft er jetzt auch nicht mehr, 8,0. Also, das ist gegessen. Für Hamilton. Wenn ich da meinen Motor sehe. Der färbt sich an, ey. 50% hat der schon. Eine Runde muss ich aber noch durchhalten. Eine. Wie nur noch eine. Ein einziger Motor. Eine muss... Zwei. Man muss diese gerade doch ertragen. Ich gehe ganz leicht vom Gas. Das ist deine letzte Runde. Ich habe es aber nicht gesehen in der Anzeige. Ich bin leicht vom Gas gegangen. Also, es ist gerade 100%. 98, 97. So, was um den Dreh. Oder sogar 95. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, es reicht mir. Chef, das reicht mir, ja. So. Die Kurve ist auch gemeistert. 51 Mal. Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Ich hätte nicht gedacht, in der zweiten Saison, dass ich den Sieg... Chef, sag mal leise. Danke. Dass ich den Sieg in der zweiten Saison in Aserbaidschan hole. Ne. Nicht auf Ultimate. Ne. Wenn ich die erste Saison betrachte, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Und jetzt ist es soweit. Es ist soweit. Was soll ich aber nicht zu früh freuen? Das ist der wichtigste Sieg. Der wichtigste Sieg. Der bedeutet mir mal ganz viel. Der bedeutet ganz, ganz viel. Und Scheißer von Ariad, das ist mir wurscht. Das gehört dazu. Ich muss den Helmenden überholt auf der Strecke. Vier Sekunden sind es am Ende. Und warum mal 20? Wurscht. Einmal noch. Ein Sieg für die Ewigkeit. Yes, baby. Großartige Leistung von Haas. Was für ein überzeugender Sieg. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Tja, er hat die Safety Car Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Frage die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit Haas an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team hier bei diesem tollen Grand Prix als Sieger hervorzugehen. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Unser aktueller Führender baut hier heute seinen Vorsprung in der WM nach einem sehr guten Resultat weiter aus. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Wahrscheinlich Daniel Quertz. Der junge Russe muss großen Erwartungen gerecht werden und genau das hat er heute getan. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden fanden. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht für uns. Bis zum nächsten Mal. Sieg, Sieg und nochmal Sieg hier in Baku zum großen Preis von Europa. Vor Luis Emel und Nico Rosberg, die damit 8 Punkte in der Team-WM aufholen. Räikköner Skark auf der 4. Dann dreht Daniel Mikado nur 5 da. Dann Bottas von 12 auf die 6. Verstappen muss Plätze einbüßen von 5 auf die 7. Alonso auch ein Schkacks-Rennen gefahren von 17 auf die 8. Quert, der wurde schon angesprochen, auf der 9 von 19 gestartet. Und Button holt den letzten Punkt. Ausgeschieden sind Palmer, Magnussen, Vettel, Perez, Eriksson, Nasa, mein Teambude Grosjean und Hülkenberg. Also eine sehr, sehr lange Liste. Und ich habe auch das Gefühl, die Highlights werden dementsprechend auch lang ausfallen. Ja, Ausfall, ja. Das fällt auch hier sehr, 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 sehr lang aus. Eigentlich nicht. Ich habe es ein bisschen kürzer gehalten als sonst die Highlights. Ja, Sieg brauchen wir nicht. Um uns zu reden, auch nicht groß über das Fazit. Fazit, Note 2. Souverän, ein paar Fehler waren drin, aber keine Wand geknutscht. Das ist das Wichtigste angekommen. Und der Sieg war das Sahnehäubchen. Es ist viel passiert, was wir gar nicht mitbekommen haben. Da wir ja eigentlich nur vorne weggefahren sind, zusammen mit Lewis Hamilton. Bis dann der sogenannte Haryanto-Zug kam. Ja, also was man Haryanto auf sich hat, das lösen wir hier auch auf. Und er hat auch viele Durchfahrtsstrafen, er hat Stop-and-Go-Sstrafen bekommen. Keine Durchfahrtsstrafen, Stop-and-Go-Sstrafen für unerlaubtes Blockieren. Wofür er aber im Endeffekt gar nichts konnte. Das aber später im Rennen. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Viele Ausfälle. Viele Ausfälle hier in Aserbaidschan. Ich glaube, das waren die meisten, die ich bisher hatte in der Karriere. Ich glaube, acht waren es an der Zahl. Also sehr, sehr viele. Und da war alles drin. Da waren Totalschäden drin. Da waren Kleinigkeiten drin. Da waren aber auch Sachen dabei, wo ich wieder sage, wo war da der Simulationsschaden? Also unterstrich hätten eigentlich zehn Fahrzeuge vielleicht maximal das Ziel sehen müssen. Wieso, weshalb, warum, seht ihr sowieso jetzt hier gleich bei der Zusammenfassung, wo wir uns ja schon befinden. Wir sind ja gerade noch bei den Skat-Wiederholungen. Und der ja, der Skat war ja sensationell. Also den Grosche habe ich stehen lassen. Genauso wie ich den Hamilton stehen gelassen habe. Und auch den Rossberg. Wobei ich in der Analyse dann festgestellt habe, dass alle gut geskatet sind. Hier, wenn ein Kimi ein bisschen schneller fahren kann, dann passiert genau das. Und dann passiert auch mal genau das. Wenn da, Kurve 3 ist so eine Kurve, wo es auch gekracht hat. Sehr häufig. Da wollten sie am Anfang wirklich zu dritt durch die Kurve fahren. Hier sehen wir das nochmal. Und zack, da bin ich schon vorbei an meinem Teamkollegen. Also so knappe 12.000 Umdrehungen ist perfekt gewesen. Das habe ich hier wieder mal gemerkt. Sonst gibt es eigentlich nicht groß zu sagen. Der Rossberg hat Position 4 behauptet. Dahinter dann die beiden Red Bulls. Dann zu zweit durch die Kurve 2. Und dann hochbeschleunigen bis hin in Kurve 3. Und ja, das war eine gefährliche Kurve. Also Skat und Ziel und diese Kurve. Hier sehen wir es, der eine will einlenken. Und dann kommt die Kettenreaktion. Und dann ist ja irgendwann auch mal die Wand. Dass da kein Totalschaden passiert ist, das meine ich damit. Dass das nicht passiert. Also wenn ich da die Wand so berühre, habe ich einen Totalschaden. Da bin ich mir doch ziemlich sicher. Doch bevor wir mit den Ausfällen anfangen, die ja schon in Runde 3 begonnen haben, schauen wir uns mal ein Duell an mit unserem Teamkollegen. Warum wurde der so weit durchgereiht? Ja, das fing ja relativ früh an. Schon in Runde 1. Weil wir sehen uns dann noch auf der langen Geraden. Und natürlich hat man hier nur scheiß Perspektiven. Aber da fällt ja der erste Mercedes vorbei. Da fällt ja der zweite Mercedes vorbei. Da kommt noch der Red Bull von hinten an. Und dann duellieren die sich wirklich kurvenlang. Also das ging dann bis Kurve 1. Das ging dann in Kurve 2. Weil wir ja das beste Auto haben. Der Mercedes ist nur das zweitbeste. Deswegen passiert das so lange. Ja, und dann kam die Kurve 3. Dann kam halt Kurve 3. Louis Hamilton war da schon Zweiter. Das war halt ein Problem für mich, dass ich halt die Grosjeu relativ früh auch verloren habe. Und dann hier die nächste Kurve. Da geht es auch noch gut. Und dann kommt die nächste Kurve. Und dann war es für Grosjeu immer noch nicht vorbei. Die meinten einfach nicht nachzugehen. Aber hier war er dann endgültig nicht mehr vorbei. Eine Runde später. Dann der nächste Red Bull und die Furzehinde. Die kamen auch schon von hinten. Und dann wieder zu dritt. Zack, zack, zack. Eine blanke Kettenreaktion. Man sieht es aus der Sicht von Romain Grosjeu auch gut. Der hatte schon Motorenprobleme seit am Anfang des Rennens. Seit Anfang des Rennens hatte der Motorprobleme. Das hat sich gezeigt. Dann ging es weiter mit Woters. Und... Genau, da habe ich auch noch mal eingebaut, weil hier ist auch wie passiert. Nämlich in der Boxengassen-Einfahrt. Da hat sich nämlich der Hülkenberg weggedreht. Das war aber nicht der Grund für den Ausfall, oder? Doch, das war, glaube ich, der Grund für den Ausfall. Bei Skat und Ziel war das dann der Grund. Man sieht es hier schön in der Verfolgerperspektive. Fünf Fahrzeuge auf einem Fleck bei knappen 350 Stundenkilometern. Das geht nicht gut. Das geht wirklich nicht gut. Der eine wollte die Box abbiegen, der andere nicht. Da, der Fuß in der Wollte abbiegen. Aber der Werlein, glaube ich, war das, lässt es nicht zu. Ist nicht nur einmal passiert, ist zweimal passiert. Ja, hier sehen wir, ist total schaden bei Hülkenberg. Und er nimmt auch noch den Sauber mit, der das überlebt hat. Philippe Nase hat das überlebt. Brandgefährlich, aber er hat es überlebt. Weil er die Wand nicht berührt. Oh doch, er berührt hier die Wand. Aber der Reifen bleibt dran. Aber vorne links, der Frontvögel ist kaputt. Und ein Alonso gibt auch noch mal kurz seinen Senf dazu. Ja, das war eigentlich schon eine Safety-Phase. Dann kam zwischenzeitlich auch noch der Angriff von Louis Hamilton bei der zweiten DRS-Zone. Also die ging gerade. Da habe ich mich ja eigentlich nicht gewehrt. Ich habe ihn ja da mehr vorbeigewunken. Und ab da hatte ich ja die Orientierung für mich, an wem ich mich orientieren konnte. Geiler Satz, boah. Grosjean, Motorschaden. Das hat uns Chef ja schon bekannt gegeben. Dann kam die Safety-Phase. Dann kam der nächste Ausfall in Runde 22 von Philippe Nase. Gefolgt von Markus Eriksson in Runde 29. Alles kapitale Motorschäden. Dass mein Motor gehalten hat, war einfach nur ein Weltwunder. Jetzt muss ich überlegen, was kam dann? Richtig, der Reifenschaden. Das war ein Reifenschaden hinten rechts von Rio Arianto. Hinten rechts. Man hat es gerade schön bei Verstappen gesehen. Da macht es auf einmal bumm. Schön grafisch, starkes Geld. Man hat es gesehen. Und dann ist kein Halt mehr. Er wird gar nicht... Er dreht sich einfach nur. Er dreht sich direkt bei der Reifenplatz. In der Kurve. Und dann, ja, dann kam der Zug. Und hier ganz knapp bin ich an dem vorbeigefallen. Denn da hat nicht viel für den Totalschaden gereicht. Auch ein Sebastian Vettel meinte, ja, ich kann auch mal ein bisschen abdrängen. Und abschießen. Und dann ging es ab. Batsch. Auch der Totalschaden. Absolut gerechtfertigt. Philippe Masser war dahinter. Der hat das Ganze überlebt. Da fingen aber auch voll die Teile. Auch hier in echt eigentlich ein Safety Car. Ja, der Buckelzug von Arianto kann aber, ja, immerhin einen schönen Slide machen. Das fand ich schön zuzusehen. Also, das hat er hinbekommen. Und jetzt nochmal die Auflösung mit Masser. Zack. Bam. Und er fängt das Auto gerade so ab. Glück für ihn. Dann, die beiden Renaults. Die haben sie es dann auch gegeben mit Arianto. Und zwar richtig gegeben. Das war Kevin Magnussen. Auch der Palmer war nicht besser. Hinten drauf fahren können sie beide gut. Aber ich muss auch sagen, Arianto, was machst du da auf der Ideallinie? Was macht er da auf der Ideallinie? Ich weiß es einfach nicht. Palmer, warum ist ausgeschieden? Anfängerfehler. Wahrscheinlich kein Frontflug mehr gehabt vorne links. Dann ging es ab in die Wand. Bei der berüchtigten Mutkurve. Dann gab es noch eine Szene, die ich noch gefunden habe zwischen Alonso und Pérez. Beziehungsweise das war der Pérez-Ausfallgrund. Und Alonso? Er hat auch nicht viel gefehlt. Also Alonso hat er auch ein bisschen aufgeräumt. Pérez ist hier bei ausgeschieden. Gleiche Situation wie schon bei Hülkenberg. Der wollte abbiegen. Alonso lässt ihn aber nicht. Jetzt wollen wir mal wissen, wie berührt er denn die Wand da? Sah ja sehr, sehr spektakulär aus. So gesehen war es gar nicht spektakulär, weil man das nicht von vorne sieht. Das war die Heides bei der KI. Mehr habe ich nicht rausgesucht. Ja, also ich hätte natürlich auch noch mehr finden können. Aber dann hätte das Video hier, ja, von der Länge her geplatzt. Unsere Zieldurchfahrt noch zum Abschluss. Und zum Abschluss kommen wir zur Fahrer- und Team-WM und nach Österreich. Wir führen nach wie vor die WM an. Mit 51 Punkten Vorsprung vor Lewis Hamilton und 63 Punkten vor Nico Rosberg. Dank der Nullnummer von Grosjois hat Ricciardo ihn überholt auf Position 6. Kimi konnte auch Pérez überholen. Auch der hatte ein Nuller hingelegt. Meine Güte, ne. Quirt auch jetzt unter den Kandidaten, die Punkte geholt haben. Arianto, der war hier der Zug, der mir den Sieg beschert hat. In der kosmischen Auswertung sind es nur noch 8 Punkte vor Mercedes. Red Bull und Ferrari, bisschen abgeschlagen. Vors India, ganz klar die 5. Kraft. Williams auf der 6. McLaren vor Mano und Torosso mit 3 Punkten. Punktlos bleiben doch sauber. Und Renault. So, dann wollen wir mal die Ressourcenpunkte uns begutachten nach dem sehr chaotischen Rennen. Was sich die Gaida ja teilweise erlaubt hat, war ja nicht mehr feierlich. Okay, 100% sauber Runden fand ich das jetzt nicht. Wir haben eine Position gewonnen. Das sind 115 Punkte. Bus, die Bonus-Punktis. Gegen, weil ich erst der Fahrer bin. Gegen Sebastian Vettel. Ich glaube, durch können wir gar nicht sein, oder? Schraffrei. Ne, mir fehlt ein Punkt. 29 zu 7 spricht aber Wende. Ziel erreicht. Teamkollege geschlagen. Und das haben wir auch geschafft über 11. Da sind wir ja schon eigentlich sicher durch. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir weiter nach Österreich. Österreich, ich freue mich drauf. Der Trophäenschraum. Da, Aserbaidschan, Baku, eine 1. Einfach nur geil. Auf nach Österreich. Hey, hab tolle Neuigkeiten für dich. Wir haben unsere Geschwindigkeit im Vergleich mit den Rivalen analysiert. Und es sieht aus, als wären wir sehr konkurrenzfähig. Weiter so. Da war einer zufrieden mit uns. Wir sind vorne. Gut gemacht. Red Bull holt auf. Und Mercedes hat nachgelassen. Also, Red Bull, zweite Kraft hier in Österreich. Das kommt uns ja wieder entgegen. Das kommt ja uns hier wieder mal sehr gut entgegen. Hat der... Was haben die denn gemacht? Benzin haben sie gemacht. Williams hat auch nachgebessert. Ich hab mich für die härtere Reifenmischung hier entschieden. Denn Mercedes nur noch dritte Kraft. Red Bulls zweite Kraft. Und Ferrari bleibt weiterhin die vierte Kraft. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Verlaufe dieser Saison sich noch ändern kann. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play Formula 1 2009. Und 16.